Allein schon wenn die sagen Hilfe gibt es unter OBSProject.com oder bei Twitch. Warum nicht das Stream Forum? Warum nicht das Stream Forum? Da haben die Leute mehr Ahnung als so ein blödes Twitch. Da sagen die alle Twitch-Scheiß-Einstellungen. Da soll man zum Stream Forum laufen. Von mir aus. Ja ganz ehrlich. So. Da bin ich noch unten drunter. Also wieder so eine... So eine... Wie sieht das schon in der Musik? Ach Terraria. Ich hab mich schon gefragt. Ich erinnere mich, der hat keinen Popschuss. Nicht der Kraft. dann so eine tiede. Weil ich bin flyer stark mit Fallschlöss Nummer 2. Oh. O density, hm. F Seksos 3, hm. Oh ja was hat es da! Also unten drunter steht... Ah ne unten. Links ist ein Handy mit, mit... irgendein kreis symbol einem genügend lautsprechersymbol einem einem wecker wlan zwei strichen empfangen beim beim telefon war und der hat einen schlechten empfangen fast vor allem akku 15 uhr 59 und irgendwie so ein komischer typ der gerade ich weiß nicht was er gerade spielt irgendwas und da steht der chat sebi 1337 kette das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 schnäser m2 kappa sie das wieder motiva irgendein anderes switch im mode das ich nicht kenne schräg geschlechter kopf und grinsen oder so dann ein mod schnäser motiva baby knudel im mode dann sleepy what a lovely queen sunset mhm grins hello my name hello my name is philo find a car and the bug is gone und motiva idis i actually get the feeling you look like this emote und dann wieder ein dünnenschaufler dünnenschaufler die namen wo momenten geld dann tarek de wazer fengst candle bier motiva schnäser hoaio matron haus des subsound calls ok interessanter schädlich weiß und daneben steht auch mobil live dabei twitch apps für ios android und windows an und auch unterwegs sein und entertainer zuschauen zu können entertainer entertainer ich werde mich nicht als entertainer bezeichnen als als jemand der vor dem rechner sitzt dumm dumm zeug passelt und dabei spielt aber nicht als entertainer das ist richtig kalt diese diese rechte so komisch geschrieben und das schilder und runter natürlich wieder sagen und jetzt das wort wird es bestellt wie interessiert das denn das wort wird es nicht schafft den roto roto germanischen was die Kieler nach die Kieler nach die Stadt aus dem Karten in den Chat wieder mal gar nicht hier in der Bibel KK die Jana wie wird es wieder ausgeschwommen die Kieler die Kieler auf dem auch das deutsche Zwicken beruht die schreiben da so ein Kram drin da sind ja überhaupt kein interessiert weil sie nicht wussten, was sie sonst reinschreiben sollen also nächste Teilüberschrift Erfolg und Misserfolg doch zurück zum Spielstreaming der Löwenanteil der Twitch-Programmmacher hat zwar eher überschaubare Zuschauerzahlen manch einer streamt einen Streamer sieht überhaupt niemand zu andere wiederum sehen die Massen an wie etwa Lyrick in Klammern Twitch-V Slash Lyrick diesen Namen habe ich noch nie in meinem Leben gehört wer ist das? der an einem Abend locker auf über 30.000 Zuschauer gleichzeitig kommt es ist wahrscheinlich wieder ein lol und lol ich wünsche es Englisch und heißt es zucken ja es ist naja locker über 30.000 Zuschauer gleichzeitig kommt es ist wahrscheinlich wieder ein lol streamer oder Doto oder Hauptstone oder StarCraft 2 oder oder hier im Libri-Libus-Combative-Spiel-Einflug äh ja was aber macht den Fall Unterschied aus? verdammt mal meinen Mont- äh Mont- äh Mont- äh Mont- auf mein blöde scheiß Ventilator hier ähm ja wieso haben manche Streamer mehr Erfolg als manche andere weil sie vielleicht zur rechten Zeit im rechten Ort waren weil sie verdammt mal Glück hatten tach war es es nützlich immer aus einer Handvoll Zuschauern eine Masse zu machen die einen Fußballstart und fühlen könnte Glück K äh nicht K G L Ü C K G L Ü C K G L Ü C K nix anderes Glück nix anderes boah Kompensationsforscher Trifstock Trifstock da kommt der Typ von deinem hallo denk ich wieder meint aus dem Netzwellbereich deutet es sich an, dass Akteure mit besonders hohem Unterhaltungswerte beim Publikum besonders gute Karten haben wer witzig, schnell und geistreich ist, hat die Chance auf ein großes und treues Publikum eins dąd s die haben aber eigentlich auch nur Glück mehr auch nicht nochmal. also aus dem Netzplaybereich deutet es sich an, dass Akteure mit besonders hohem Unterhaltungswert beim Publikum besonders gute Karten haben Er lernt schon dieser Satz, schrotzt von Dude on Say nur so über. Von wegen, also, das würde bitte ein Comedian machen, wenn er nicht witzig wäre. Oder ein Moderator, der nicht moderieren kann. Oder was? Glück und Durchhaltevermögen, ja. Wer witzig, schnell und geistreich ist, hat die Chance auf ein großes und treues Publikum. Und was ist mit Schwengemann und geistreich? Naja, der Erfolg, ein Privileg für Charismatiker mit Talent. Und dieser Satz, der Erfolg, ein Privileg für Charismatiker mit Talent, das klingt so richtig nach Bild. So richtig nach Bild. Irgendwie. Oh man, ey. Oh man. Nicht nur, denn um kontinuierlich eine wachsende Zuschauertal zu verzeichnen, ist harte Arbeit notwendig. Aha. Wie Broadcaster Florian Morsch, alias Baudu Sauf, ja und sonst erklärt schon wieder der Typ. Ich muss das Ausstoßen her. Ist krüme seit mittlerweile über zwei Jahren bis zu mehreren Stunden täglich, überwiegend Diablo 3. Das hat er noch gesehen. Mehrere Stunden hat es in Florian, zwei, teilweise elf Stunden am Stück und selten unter sechs. Da wird selbst ein hartgesottenes Veteranen einmal langweilig. Es gibt durchaus Phasen, in denen ich das Spiel nicht mehr sehen kann. Da suche ich eine Alternative. Guter Beispiel dafür sind andere Stark oder 2 und Hearthstone. Auch wieder Kompetenb Spiele. Irgendwie. Irgendwie. Nun Gott. Korak ist irgendwie so ausgeflogen. Ich muss nur mehr Blub-Rennen schreiben, wenn man da reinkommt. Äh, b-b-b-b-b, okay. Äh, ach so, ja. Blizzards Monstergehacke ist aber nach wie vor so ein Favorit, denn das Schöne an Diablo 3 ist, dass ich mich nicht immer so 100% auf das Spiel konzentrieren muss. Ach, und er verreckst. Neh, neh habe ich daher viel Zeit nicht mit den Zuschauern über Gott und die Welt zu unterhalten oder Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, ach ne, das ist eigentlich halt wie dieser eine Typ, der irgendwie Shooter spielt und da irgendwie die letzte Omme geknallt hat oder wie der Typ hieß, keine Ahnung. Es geht schon lange nicht mehr um Gaming-Themen, sondern gerne auch um Sport und Medien oder gar Politik und Religion. Ach, ne, also ich unterhalte mich nicht gern über sowas. Wenn ich irgendwas, irgendwie swim, dann kann ich natürlich abschalten, wenn ich über Politik reden und über Religion oder über die Realität, dann will ich über das Hobby reden und nicht über so was. Das ist es, das ist es. Ganz ehrlich. Ähm B-b-b-b-b-b-bl Da. Denn während der Sendung können Zuschauer im Chat Fragen stellen, die der Streamer sofort aufgreifen und beantworten kann. Das ist eigentlich nicht extra hinschreiben, das war ja das selbstverständlich, würde ich. Diese direkte Interaktion zwischen Kanal und Zuschauer macht einen großen Kreiz des Streamings aus. Wer ein YouTube-Video kommentiert, muss in der Regel ein Weitchen auf eine Antwort warten. Oder auch nicht, wenn es ein kleiner YouTuber ist. Wenn überhaupt eine kommt. Florian Morsch's Community belohnt seine Aufgeschlossenheit, indem sie ihre Gunsten der vereinzelten Spenden honoriert und da kostenpflichtige Abos abschließt. Der Rest kostet 4,99 Euro im Monat und pro Kanal. Schultag gezockt und von Sex reden. Ich? Nein, nicht du, sondern auch noch einer, der irgendwie total abfällig und dann irgendwie total mit Plein um sich wirft. So ähnlich wie Julians Block, plus nicht ganz so heftig. Aber auch nicht gerade, außer sonst ein typischer Gangstar-Klischee-Typ und so. Na gut. Boah, irgendwie, äh, mit die Lauterbringer. Viele Zuschauer gleich viel Geld. Mhm. Das genaue Honorar aus Abo-Einnahmen und Spenden wird in einem Vertrag zwischen Broadcaster und Twitch aufgeteilt und sorgt so für eine Belohnung der vielen Stunden an live-produzierten Sendungen. Kanäle, die qualitativ hochwertig sind und kontinuierlich rund 500 Zuschauer gleichzeitig unterhalten können, bekommen von Twitch nämlich eine Partnerschaft angeboten. Das ist vergleichbar mit den Verträgen, die YouTube mit Videobloggern schließt. Partner von Twitch haben die Möglichkeit, durch einen von ihren Zuschauern bezahltes Abonnement beziehungsweise durch Werbepausen für Nicht-Abonnenten ihre Mühe in wahres Geld zu verwandeln. Als ob das noch eine Mühe wäre, aber nur gut. Wenn er als YouTube regelmäßig läuft für spannende Spielszenen sorgt, seine Videonhalte eine gute Audio- und Videokolleite aufweisen und er darüber hinaus charmant und witzig ist, sind 1000 Abonnenten mehr und mehr durchaus möglich. Kontinuierliche Präsenz über eine lange Zeitraum vorausgesetzt. Das ließ sie so... Gangster! Jetzt geht mal wieder raus. Ey, was ist mal wieder? Ja, und rein, duz. Ja, und, ja, und. Okay, bis. Schlüssel. Ähm, ja. Das ist ja echt so wie so ein Tutorial und so. Und das wäre das so einfach. Ich meine, Stream an sich ist einfach einfacher als jetzt. Und das ist einfach nur ein OBS anschmeißen und der Sport und fertig ist und ein paar Einstellungen machen. Aber so groß wie muss ich machen. Lange gilt denn der Artikel? Ich glaube, der geht noch ein paar Seiten. Der geht noch ein paar Seiten der Artikel. Ich meine, wir haben doch Zeit, wir haben doch mal vier. Von daher im Regelfall kann man davon ausgehen, dass der Abo-Betrag 1 zu 1 aufgeteilt wird. Nach manchen Angaben gehen von 4,99 Euro im Monatsgebiet 2,50 Euro an Twitch und 2,49 Euro an den Boatcaster. Wer rund 1.000 Abonnenten hält, kann also auf ein monatliches Einkommen von über 2.000 Euro kommen. Ja, das ist... Okay, nur meins. Freiwillige Schwinden von großzügigen Zuschauern sowie Einnahmen durch eingeblendete Werbespots wären ein weiteres nicht zu verachtendes Zubrot. Ey, das liest so, als wäre... Ey, das liest so richtig... Ey, komm, geh los, los, mach Geld... Verdiener mit Geld, los, 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 das ist einfach, los, los. Oh man, ich will sehen, wie du dich über allischen und aufgelesen raufstrickst. Ja, das kommt ja noch keine Sorge. Das kommt noch, wir haben noch Zeit. Ist noch nicht so, als ob... Als ob... Äh... Heute nicht... Freitag wäre und zweitens sind sie noch ein paar Stunden, bis du weg musst. Nichts Reise machen wir es einfach so, dass ich jetzt noch... Bis zum nächsten Absatz lese und dann... Machen wir erstmal eine Pause. Ähm... B-b-b-b... Ein Broadcaster, der namentlich nicht genannt werden... Hahaha... Und dann sind aber diese Leute, ne? Ein Broadcaster, der namentlich nicht genannt werden möchte. Tja. Gab an, alleine an einem Tag über 1300 Euro, durch mehr als 350 einzelne Spendenkasse zu haben. Das sind im Schnitt rund 3,70 Euro pro Zuschauer. Der Strategie... Die Strategie. Spendenweichere, die können mit einer kurzen Botschaft versehen werden. Trinkgelder über 2 Euro werden oft live als Nachricht auf der Bildschirm gezaubert und vom Broadcaster vorgelesen. Häufig werden so auch Tipps zum Schwiermittel. Zuschauer mit Systema verschmelzen für einen kurzen Menü für ein Team. Eine spannende Angelegenheit, die vielen anonymen Spender, diese Grenzbeträge. Es wird 2 Euro nicht als Grenzbetrater ansehen. Kleinfeld macht eben hier keinen Mist, sondern ein Programm. Machen wir einfach eine Pause mit dem Titel hier. Und das spielt gerade... Feuer Mitternacht. Ähm... Zinkgelder über 2 Euro. Das klingt so, als wird dann der Zuschauer gezwungen, 2 Euro zu spenden, dass er auftaucht. Weißt du? So nach dem Motto. Done good. Ich muss Rokos eben noch das Spiel auf die... äh...